Ba-da-ba-da-ba-do! Twitch Clips Germany, Folge 140! Ist doch nur Zitrone! Ich hoffe, ihr habt schon auf den Like-Button gedrückt, wie ich. Nicht vergessen, Support ist kein Mord! Let's go! Twitch Clips Germany! Herzlich Willkommen bei den Twitch Clips Germany! Die geilste Plattform, bessere Clips sah man noch nie! Tschüss! Neue Intros da, oder? Schau gerne auf Twitch vorbei. Jede Woche gibt es dort Livestreams. Link in der Beschreibung. Jetzt rieche ich schon! Da sind wir wieder beim Thema. Plasmo. Jetzt hängt sie fest. Ah, jetzt ist sie drin. Was hat sie getan? Why? Why? Mach doch schnell die Maus weg! Das hat mit den Beinen zu tun, aber warum? Dreimal... Moment, wir sitzen vorm Streamer, wir sitzen vorm Streamer. Das geht gar nicht, das geht gar nicht, das geht gar nicht. Wir müssen uns umsetzen. Mitte! Drei mal neun, dreimal neun, dreimal neun, dreimal neun, ne spinnert acht Beine, nur hier sieht man nur, schaut mal. Zehn Rätsel, die nur Genies in 15 Sekunden lösen können. Wenn ich jetzt allein anfange, wisst ihr ganz genau, dass ich kein Genie bin. Deshalb fange ich erst gar nicht an. Duhh! Genie! Genius-Move, oder? So, er macht lustig für den lieben Heinzig. Wartet, ich hol's gerade. So, er macht lustig für den lieben Heinzig. Das da ist ne Limette, die ist nur grün. Deshalb seht ihr die nicht und könnt einfach nur ein bisschen durchgucken. das war gar nicht schlimm ging voll klar let's go spinnert acht beine die wir werden also vier also vier vier mal neun zweimal ich habe die aufgabenstellung nicht mehr verstanden was wir hier genau machen zehn rätsel neun euro für eine ente 36 euro für eine spinne 27 euro für eine biene wie kostet eine katze vier mal neun zweimal 18 ich habe lange keine clips mehr angehabt jetzt habe ich wieder clips an die werden großartig ich habe es im gefühl die ersten großen fans auf twitch die jemals hatte waren holly wurm herr der schwänze fickritze und kackbratze okay und da wusste ich für mich geht es irgendwann mal ganz stein so jetzt muss ich aber wieder ein bisschen konzentrierter sein weil ja genau das meine ich er guckt einfach nicht in rückspiegel alter er guckt einfach nicht in rückspiegel immer so jungen immer so kann ich mach den aufzug auf pass auf wenn ihr euch mal alt fühlen wollt wenn man heute über die neunziger redet ist es so als wird man in den neunzigern über die sechziger reden fuck my life oh es ist furchtbar kack 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 As a matter of fact, on what they're doing on the back, all the crap man's always okay. Abend alle miteinander. Karoutsalat. Endlich einer der vernünftigen Pullen. Nein. Wir haben einen Auffahrunfall mit zwei Pkw. Wagen zwei, könnt ihr übernehmen? Was für ein Auffahrunfall? Hä? Hier, Wagen zwei. Wir machen uns auf den Weg. Verstanden, Wagen zwei. Okay. Kein Kriegsspielein. Okay, passen wir so nicht hin. Okay, dann lassen wir das halt. Kann ich das einfach hier in die Ecke stellen? Passt das? Herzflapper! Oh mein Gott, das ist ein richtig cooles Game. Ist das in Ordnung? Ich sag's euch, Leute. Tomb Raider ist gefährlich. Tomb Raider ist nämlich Horror. Ich sag's euch, immer wieder. Jeder hat ja andere Ansprüche, weißt du. Das kann man ja nicht pauschalisieren. So, wir holen es. Dankeschön fürs Volle! Das Brot! Die Augen, ne? Erzähre von meinem älteren Wissen, denn Liebe, Liebe ist wie ein Lagerfeuer. Du musst immer random nachlegen, damit die Flamme der Leidenschaft erhalten bleibt. Und gelegentlich Blase ist auch wichtig. Na, man muss überlegen. Wer ist das? Ah, da hat's doch für den... Ja, ja, hier hat's doch hier. Der Willi war da. Wir wissen ganz genau, dass du den Baum malen wolltest. Achter, wir wissen ganz genau, dass du den Baum malen wolltest. Relativ easy. Wenn man halt ein Einzelkind ist, lernt man, sich selbst zu spielen. Nein! Das klang irgendwie falsch, als ich das wollte, aber... Aber wie gesagt, ich habe auch im Sandkasten allein gespielt. Ich habe mit Dreck gespielt, mit Gummi-Twist, mit Mülltonnen. Oh Gott, wie sich das anhört, oder? Aber sympathisch, sympathisch, sympathisch. Herzlichen Glückwunsch. Nies mich an. Oh, du sollst dir den Mund kotzen? Nein, nicht kotzen! Nicht kotzen, rotzen! Ich wollte kotzen, so. Ich wollte kotzen, so. Oh Mann, kann man den umbauen? Au, da ist ja ein Pixer drin. Ja. Da habe ich draufgedrückt. Ein Eipixer. Ist das ein Scherzartikel, oder was? Nein, für Eier zum Anpixen. Für Eier zum Anpixen. 4.130 im Monat, zwei über Prime. Ich drink your magazine, it just makes me bigger. I dug the old foe deep, I'm gonna throw in Mama's tank, can even sell my soul, cause I ain't a shit dick. I've got a seven on my shoulder, and I just can't dig any no one. Also, ich finde, wir brauchen ... Also, bei der Sahne geht's so, na ja. Sascha, die Kamera ist da. Ja, ich weiß, aber ich wollte sie gar nicht herzeigen. Also, der Sahne geht so, na ja, sie ist noch nicht wirklich da. Ach so, ich wusste es. Nein! Ich wusste es. Okay, ihr seht mich jetzt mal zwei Minuten nicht. Ich bin mal kurz am Ende. Dankeschön für den Rate nochmal, Franzi. Franzi, wir shoppen gerade noch die restlichen Mod-Geschenke. Du bist das Letzte. Also, äh. Du bist, du, also, scheiße. Wäre ja gar nicht schwäisch. Was noch? Das wollte ich, dass ich das spiele? Dieses Outlast-Zeugs? Oh, hallo. Hi. Der fängt natürlich direkt mit einem Attack an. Das habe ich nicht kommen sehen. Krass. Äh. GG. Gegenstand herstellen? Gegenstand ablegen? Scheiße. Wie konnte ich das nochmal herstellen? Ich schaff's das. Äh. Übertragen, Stapfel teilen. Bin ich jetzt doof oder was? Wie kann ich das nochmal herstellen? Linksklick, Rechtsklick. Hä? Wie konnte ich nochmal Gegenstand herstellen? Weiß nicht. Ablegen, übertragen, Stapfel teilen. Mehr Optionen. Ja, gar keine Optionen. Ach. Herstellen. Äh. Paul kriegt nicht rüber. Entschuldigung. Deswegen hat er auch ein Kind. Entschuldigung, Paul. Solltest du doch nicht jemand sehen. Das tut mir leid. Genau unten drunter her. Letzter Leben der Verbindung. Wie ist der Messe, bitte? Jetzt schnappel! Ja! Das hätte nicht sein müssen. Okay. Oh na! Hey, Shadow Ritz-Zinn. Nö. Will das mal, Buffy? Fair enough. Understandable. Have a good day. What? What falls around? I'm not even mad. Oh, first in. Nein, guck dir dieses Ding an. Wunder, feiner. Wie? Es macht Geräusche. Es macht Geräusche. Ich glaube, waaah! Ich kann mich so weiterziehen. Das ist wirklich. Es sieht jetzt erst mal vermengt. Das ist eigentlich das Schlumpfine angeblich von Gargamel erschaffen wurde, um Unruhe ins Dorf zu bringen. Sie hatte auch, als sie erschaffen wurde, schwarze Haare und wurde dann erst von Papa Schlumpf zu Schlumpfine verwandelt und hat blonde Haare bekommen. Weil wir wissen, blondhaarige Frauen sind viel, viel umgänglicher als schwarzhaarige Frauen. Das ist das, was die Schlümpfe beigebracht haben. Was will er uns da gerade damit sagen? Chirurge. Wartet, was meint er damit mit blonde Frauen sind umgänglicher? Wir sind netter? Oder was? Was genau will er uns sagen? Mit unserer Haarfarbe? Hä? Was? Ich höre ich dir nur die gute Kraft ein. Nö, 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 nö. Ich habe ja überall Pfosten zur Stabilisierung hingesetzt. Da kann nichts passieren. Achtung, sie kracht ein. Sie kracht ein. Natürlich, und jetzt fällt alles ein. Oh nein. Ich habe doch, aber ich habe doch... Oh nein! Alles ist in der Stabilisierung eingesetzt. Wir sind noch überall Pfosten, warum fällt denn das zusammen? Jetzt fällt alles ein. Aber... Oh, wie ärgerlich. Richtig ärgerlich. Alles verarscht. Oh nein, der Arme. Ach, der Arme. Komm her, Motorrad. Fahr nicht weg, Motorrad. Nein, bleib stehen. Nein, bleib stehen. Ist das einfach nur ein Motorrad? Hä? Dingens Reaktion. So eine... Wie nennt man diese Reaktion jetzt? Reaction. So eine... Reaktion. So eine... Girl, ich weiß nicht, was du meinst. Reaktion. Schnelle Reaktion. Wisst ihr, was ich meine? Reaktion. So eine war das. Kostos Reaktion. Dankeschön. Kostos. No, stop it. Stop it. Ich finde das nicht nett. Stop. Aua. Stop. Ja, Mann. Blondinenbeste. Blondinenbeste. Ah. Jetzt da... Ah. Das Lurkding. Guck mal. Kannst du dich da... Ah. Fühlig. Fühlig. Ich auch. Arschkeks. Hast du letztens die Reifen gewechselt? Äh, nee, ich hab nicht die Reifen gewechselt. Ich hab Reifen, äh, von einem Auto abgeschraubt. Und an mein Auto dran geschraubt. Also ja, ich hab die Reifen gewechselt. Also von jemand anderem? Die geklaut? Ja, aber ich kann die doch nicht töten, wenn ich Level 44 bin. Dieses Spiel, ich sag soll. Aber ich hab bisher... Slicks, falls du mich noch hörst, falls du noch da bist, hast du schon einen Shiny gefunden? Boah. Dieses Spiel, ich sag's euch. Das macht mich noch wahnsinnig, ne? Ich hab einfach einen Ragequid gehabt. Weil das hatte ich bisher... Also ich hab wirklich nur dieses eine Shiny, was man mit einem Nebenauftrag kriegt. Wenn er mal... Nischt out ist ja zu finden, bei PH Murat 91 Minecraft Donuts. Am Minecraft Donuts. Am McDonalds. Am Minecraft Donuts. Am McDonalds. Am McDonalds. Minecraft. Sie hat einfach zu viel gezockt. Hallo. Und jetzt kann man die hier cheesen, hab ich gehört. Und hier ist mein old friend. Wahrscheinlich, indem man das macht, wa? Nee, kann man nicht. Was ist das denn? Ich wurde reingelegt. Ich bin vergiftet. Nein! Jetzt ist ja auch nicht schlimm, dass er vergiftet ist, oder? Hatte, mir ist auch noch einer. Ja! Ja! Jetzt sieht er heute shiny aus. Wie fern sehe ich denn shiny aus? Hä? Also ich komme mit jedem klar. Egal ob blond oder brunett. Trotzdem bin ich dauernd Single. Oh no! I'm sorry. I'm sorry. Zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Ich glaube, ich bin ein Bock. Den muss ich mir merken. Ja, ja, der Multikill hat geklappt, Leute. Was ich 48 Mal probiert habe. Yes, ja. Okay. Ich denke, hören Sie? Die Ormeltür. Zombies. War keine Zombies. Nein, die Tür rennt weg. Oh, lieber, dass Aether überlebt. Die Tür rennt weg. Ich habe übrigens auch letztens erst gelernt, dass man das so liest. Scotty! Wenn man Groß- und Kleinbuchstaben benutzt, dass man das jetzt ungefähr so lesen, spoendet. Oh, Alter! So bad. Oh, no! You did it! Um. Ich wage das zu bezweifeln, dass ich fertig bin. Was versucht der da? Ich zeig dir mal, wie das geht, okay? So geht das. Mit Ansage. Wow. Flex hier, ey. So, komm her. Er schaut hier. Ich glaube, sie sind zu dick. Oh mein Gott, was war das denn? Was war das denn? Traktor. Alter, weißt du das? Vor allem nach Nachtig, du geiler Rettig. Alter, weißt du das? Relapse Stream Sniper. Ich fände es nicht lustig. Alex, bist du schon drin? Nein, ich arbeite dran. Ah, ich seh dich. Weiche von mir, du dummer Dino. Oh nein. Oh, oh, oh. Ich bin Bambus. Ich bin außen hart und innen hohl. Was stinkt? Ja, du stinkst. Ähm, okay. Also ich finde, bei Raids kommt es nicht auf die Größe an. Bei anderen Dingen vielleicht schon. Aber das auf jeden Fall. Bei Raids sind ich. Ich finde es wild, wie der Osnabrücker hier mir was über Bayern erzählen will, obwohl er nicht mal lesen kann. Oh mein Gott. Alter, du hast dich ja mal prediktet. Kommst du dann in meinen Top 3? Achtung, mit Ansage. Sechster Platz. Oh, da überholt mich noch. Sechster, oh mein Gott. Du hast gesagt sechster Platz, oder? Zwei Kartlängen vor der Ziellinie überholen mich drei Leute, weil mich ein grüner Panzer trifft. Sorry. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie soll es eine Ostsee geben, wenn hier nirgendwo blau ist? Außer dieser Punkt da, aber dieser Punkt bin ich. Nie. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Nie ohne Seife waschen. Oh mein Gott, der Osten ist rechts. Aber da ist auch nichts blau. Links rechtsschwäche, Leute. Fühl dich. Hab ich auch. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Okay. Ich weiß es und ich werde total bereuen, dass ich es jetzt mache. Aber ich kann mir so viel Ananas-Pizza... Wirst du jetzt die Ernsthaft das Ananas-Pizza spüren, oder? Das ist desinfiziert. Mit Eibohol, okay. Boah. So, der Gitarre. Liebes zu sehen, wenn du dich erschreckst. Ohoho. Ohoho. Ahhhhh. Dein Ernst? Seht ihr? Aus dem Grund stelle ich das nicht für 100-Bits rein. Ich hab jetzt alle Kabel neu bestellt. Ich hab ein Neu-WLAN-Kabel bestellt. Ich warte nur. Fühl ich. WLAN-Kabel. Fühl ich. 200 Prozent, Javi. Ausrichten. Oh, süß. Oh mein Gott. Ich will euch den Hund da rein. Ready to take off? Nein. Bring mir den Mond mit. So, sind wir da? Könntest du ganz... Nein, nicht runterfahren, nicht runterfahren, nicht runterfahren, nicht runterfahren. Nein, nicht runterfahren. Sind wir noch live? Er ist runtergefahren. Gibt uns ein Zeichen. Kann das jetzt, wenn man alleine reagiert? Fühl ich. Fühl ich. Einfach nur. Wenn Kid ein Akkum ist, dann ist sie ja endlich auf Augenhöhe mit anderen. Eine Kleiner. Wieder gutmachens-Rachen zum gestrigen Stream. Es kommt. Not bad. Ey, ich sag euch, dieses Behältnis ist so geil. Nackencam ist so mein sexy Nacken. Ich wasch das so da drin und dann schütt ich das so weg. Oha, voll gut. Rein theoretisch. Das ist richtig gut. Das ist ja mega. Also, wäre dann Waschbecken drunter. Ja, das ist aber echt mega. Ja, ich habe ihn. Ich habe ihn mit Fuß gekillt. Oh, ich habe mein Internet kaputt. Ich habe gedacht so, oh mein Gott, ich spiele mein Internet. Oh, was Glück. Oh. Wenn selbst das Spiel keinen Bock mehr auf dich hat. Fühl ich. Fühl ich für dich. Entschuldigung. Ja. Ähm, Meg. Du musst die Hände zur Seite von der Brust weg. Von der Brust weg. Und die Beine nicht zappeln, sondern auch wie ein Frosch. Seitlich. Da hast du uns aber alles erwischt. Weil die bei Twitch... Oh nein, das ist ein Vogel dagegen geflogen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe mich erschrocken. Das war ein Vogel, ja. Also, also, okay. Ihr müsst wissen, wenn ich Sims spiele, spiele ich in der Regel Sims. und es geht alles schief. Und wenn ich meine Periode habe, dann öffne ich Sims, mache einen Spielstand auf und bringe jeden Sim um, der mir in den Weg kommt. So spiele ich eigentlich Sims, ja. Und dann musste ich so eine Love Story spielen, Mann. Ah. Viele sind menschlich. Du kennst mich. Und ich kenne dich auch. Oh nein. Alles wird gut, wenn wir nach vorne schauen. Und wenn es schwer fällt, dem Leben noch nichts rumzuladen. Und dann kam es einfach so. Jetzt chill ich erst mal. Kann ich rüberspringen eigentlich mit dem hier? Nein. Oh oh. Oh oh. Okay, jetzt ist er echt tot. Und tot. Das heißt, du kannst dich nicht mehr mehr irgendwie retten. Ist nicht passiert heute. Hey, warum sind wir dann damals gestorben? So, das müsste doch in Ordnung sein, oder? Und ich glaube, das hat einen ganz kleinen Schwanz hinten so dran. Katze. Wo ist denn das Horn? Einhorn. Nashorn. 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 Das ist das Horn von dem Nashorn. Keine Ahnung. Ich muss sagen, du hast schon einen geilen Arsch. Ich trinke live on-on-stream hier noch einen schönen Schluck Milch, Leute. Ja, da willst du dann schön nochmal zeigen. Aber nur erst mal frisch gezapft, ja? Frisch gezapft, natürlich. Der war eigentlich der alte, der andere. Oh Gott, das müssen wir aber loslegen hier. Letzte Runde. Trink mich was aus. Ich hab gerade kurz den Stream gestartet. Hab gesehen, der hat so eine richtig schimmelnde Schlot und gerade so diese Musik. Und jetzt werden wir einfach den Hintern aufhören. Ihr werdet jetzt einfach so was von sterben. Oh, das hat mir letztes Mal gesehen. Ach komm, so schlimm ist das gar nicht. Das ist eine Zitrone. Ja, Mann. Ich hab auch den Limette. Das ist schlimm. Limette zumindest. Das ist deutlich schlimmer, als ich dachte. Siehste? Und ich hab keine fucking Wunderberry gefessen. Das ist das Wichtigste zu sagen hier. Oh, oh, Achtung. Ich weiß gar nicht, was sie hat. Oh krass, okay. Ich hab gedacht, sie spuckt sie auch aus. Okay. Oh. 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 Und dann meine lieben Zuschauer, da wird es nur noch eins zu sagen. Abonniert Twitch Clips Germany, denn das ist ausgezeichnet. Nicht vergessen auch meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.